Schönen guten Morgen liebe Camper. Ich kriege unheimlich viele E-Mails mit dem Modul. Ich habe ja gesagt im Video, die sind in der Fertigung. Bei uns hat es gehapert an der Tasche. Die haben uns jetzt eine Tasche geschickt und das nächste ist, das ist die Probetasche. Jetzt haben die uns natürlich, die Tasche muss meinen Anforderungen entsprechend, also kannst du auch mit dem Wasserschlauch demnächst drüber gehen. Daran hat es gehapert und ich muss über 1500 Taschen abnehmen, also müssen gefertigt werden. 750 Module werden kommen, also einen ganzen Container und 40 Fuß Container. Die Module werden dann über ca. 70, 75 Händler mitverkauft. Ich habe ja damals die Idee gehabt und habe das mal gezeigt und habe dann gesagt, diese Flexi, das ist alles Kappes. So, ihr seht ja, wir haben hier ein wahnsinns dickes Kabel dabei. Das ist alles, ich kann das mal hochheben. Das ist jetzt das dritte Modul, was sie geschickt haben. Die Verarbeitung ist alles vom Allerfeinsten hier. Richtig fettes Kabel hier. Hier hast du noch ein Stecker, wo du dann ohne den Regler fahren kannst oder du steckst den Regler drauf. Dann habe ich diesen Stecker auch gefertigt für die Powerstation. Somit kannst du auch deine Powerstation damit mitladen. So, das war das dritte Modul, was gekommen ist. Das neue Modul hat dann hier nochmal ein Scharnier. Ja, das sind halt so die Vorgaben. Und da zahlt man immer sehr viel Geld. So ein Modul kannst du gar nicht mehr verkaufen, weil das kommt ja dann mit dem Flieger, was richtig, richtig viel Geld kostet. Aber muss ja hundertprozentig sein. So, hier haben wir zweimal 110 WP. Das ist Schindel-Technologie. Hier haben wir unsere Backcontact- oder Sunpower-Zelle, 80 Zellen. Ich war am überlegen, nehme ich jetzt das Modul oder nehme ich das Modul. Ja, wir wollten natürlich auch möglichst nicht immer größer werden. Ja, na gut, das ist natürlich auch 130. Ich glaube 130 ist das. Ja. So, da seht ihr, das ist noch nicht mein Modul. Hier steht das. Das Emblem, was hier unterm Glas ist, ist hier noch nicht drin. Und es ist ein richtig, richtig gutes Teil. Wir hätten vielleicht schon 50 Stück oder 100 schon verkaufen können. Dann habe ich aber keine Tasche. Dann muss ich das irgendwie nachliefern. Das ist alles Schrott. Das muss genau auf das Modul, muss die jetzt geschneidert werden, sag ich mal. Und gut, das machen sie jetzt. Was wohl sehr, 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 sehr teuer ist. So eine Tasche kostet über 70 Dollar. Die machen es nicht. Das ist eine Sonderanfertigung mit dicken Reißverschluss und blablabla. Gut, wir haben es gemacht. 500 Stück werden geliefert. Gut, die anderen Taschen, die werden da gelagert. Die kann ich nicht alle hier lagern. Ich weiß ja gar nicht mehr, wohin. Sieht ihr auch hier dicke Schrauben. Hier ist der Griff. Sehr, sehr schöner Griff. Auch mit Feder. Also es ist eine sehr, sehr gute Qualität. Das hält mit jedem Modul mit. Ich wollte erst diese normalen Monokristallinzellen. Aber hier habe ich einen Vorteil. Hier habe ich 60 Volt. Ja. Gut, ich hätte auch zwei in Reihe schalten können. Da wäre ich vielleicht bei 40 Volt gewesen. Aber so ist das schon sehr, sehr gut. Es geht im Februar los. Wie gesagt, die sind alle in der Fertigung. Ich hätte es schon eher hier haben können, aber ich verkaufe dann etwas Halbes. Und das war meine große Sorge. Da kommt es schon. Da habe ich sogar noch lange mit dem Flo drüber gesprochen. Er sagt, das bringt nichts ohne Tasche. Das ist alles. Guten Morgen. Ich sage gerade, wir hätten schon fast hier sein können. Die Tasche war das große Problem. Und eine vernünftige Spannung. Ja, ohne vernünftige Spannung. Die Tasche muss ja genau geschneidert werden. Das kostet richtig Geld. Die Tasche kostet richtig Geld. Aber gut. Der Kunde kann das einpacken, kann das in der Garage tun. Sonst ist das Modul nach einem halben Jahr total verkratzt. Ja, liebe Camper, so sieht es halt aus. Das perfekte Aufstellenmodul. Mich rufen sehr viele Händler immer an. Wirklich sehr viele, die alle immer bei der Alex ihre E-Mails hinterlassen. Kann ich bei euch auch eine Standheizung bestellen? Ja, könnt ihr. Hier gehen jetzt vier Stück diese Woche in Autos. Und das ist die neue Webasto. Die habe ich mir jetzt auch kommen lassen. Ich habe ja auch Eberspecher und nur die beiden Weltmarktführer. Das ist die ganz neue Webasto Reisemobil. Weil da haben sie eine Wahnsinnsregelung hinbekommen. Ja, ist auch dieses schöne Digital-Display dabei. Da geht, ah, gehen zwei, dreihundert Heizungen hier im Jahr, die wir fast alleine machen. Die WCS alleine macht. Aber da fragen immer so viele Händler und ich sage, ich werde das im Video mal sagen, wenn einer eine Heizung braucht, dann muss er das alles über den Shop machen. Weil das steht in den Kommentaren. Das kriege ich auf mein Handy. Wer so eine Heizung braucht, ich bin bei Webasto und Eberspecher Großabnehmer. Da kann ich so eine Heizung schon auch dem Händler schicken. Und das Schöne ist, bei so einer Heizung mit der Garantie ist immer ganz toll, wenn WCS die einbaut oder einen anderen Händler. Der Kunde hat europaweit Garantie. Wenn er seine Rechnung bei sich führt oder man sieht es auch, wenn man die ausliest, wie alt die ist. Der kann hier die Heizung einbauen lassen und die müssen sie in Spanien reparieren und die können sie auch in Portugal reparieren, wo auch immer. Ja, dann hier noch was. Wir gewähren 10 Jahre Garantie auf das Solarmodul. Ich bin davon überzeugt, das hält ewig. Das Kabel, wenn du natürlich jetzt mit dem Hammer auf den Solarregler haust oder wer weiß was, hast du natürlich keine Garantie. Das Kabel alles, das hält ewig. Wenn irgendwas an dem Modul, dir reißt der Griff ab, aber was weiß ich, dann hast du halt 10 Jahre Garantie. Nee, nur gucken, kriegst du das woanders auch. Immer vergleichen, immer vergleichen, kriege ich das überall so. Wisst ihr eigentlich was, wenn du so ein Modul kaufst, du bist ja immer ganz fein raus, da kann ja nichts passieren. Wenn ich sage, da gibt es 10 Jahre Garantie drauf, gibt es da 10 Jahre Garantie drauf. So sieht es aus, liebe Camper. Ja, ich habe so viele Fragen mit dem Aufstellmodul. Die Leute haben alle eine Powerstation. Wie mache ich das dann dran? Da ist ja der Regler schon drin und alles daheim direkt. Das ist alles hochkomplizierte Scheiße. So, wir machen das so. Du ziehst jetzt den Stecker und steckst den Stecker hier rein. Jetzt bist du fertig. Der Regler ist raus. Jetzt gehst du mit diesem Stecker auf deine Powerstation und schon wird die Powerstation geladen. Jetzt müssen wir das aber alles wieder zurückbauen. Jetzt muss der Stecker, der hier, der Stromstecker, muss jetzt hier rein. Und siehe da, der muss hier rein. Das war jetzt eine Rumpfummelei heute Mittag. So, jetzt kann der Kunde alles machen. Ich mache das nochmal. Hier der Stecker raus. Hier raus. Wir brauchen den Regler nicht, weil die Powerstation hat einen Regler drin. Siehst du? Jetzt gehst du in deine Powerstation rein. Ganz geil gemacht. Am Auto ist es aber wieder anders, wenn du auf die Batterie gehst. Jetzt ziehst du den Stecker wieder ab, schiebst den Stecker hier wieder drauf und steckst den Stecker hier wieder drauf. Fertig. Also besser geht es einfach nicht mehr. Du brauchst nichts kaufen, du brauchst nicht basteln, du brauchst gar nichts. Das ist wirklich geil hier. Du brauchst nur umstecken. Und da sind diese, wie heißen sie noch? Ich vergesse die ganzen Namen. Anderson Stecker. Wie der eine da im Kommentar geschrieben hat mit den gelben Steckern, habe ich schon wieder vergessen. Das ist ein XD-60, glaube ich. Da habe ich auch an meinen Autos früher gehabt. Die laden es auch beim Leon. Ja, braucht ihr nur umstecken, weil wir denken für euch da weiter. Normal ist das gar nicht meine Aufgabe. Das ist doch nicht meine Aufgabe. Ich verkaufe ein Aufstellmodul und dann musst du sehen, wie du das so. Und dann musst du das machen. Ich habe jetzt alles fertig gemacht, aber ich lasse das in der Fabrik machen, weil das ist viel Arbeit hier, der ganze Umsteckgedöhne. So, wir machen euch das fix und fertig. Wir liefern unser Modul dann mit einem Multistecker aus. So, da musst du erstmal jetzt einen finden, der dir so ein Modul liefert, wo das alles so gemacht wurde. Ach, das wird ein richtig günstiges Modul, weil ich habe hier heute eine Stunde gebraucht, um die ganzen Adapter zu krimpen. Überleg mal, du zahlst aber nicht mehr. Das ist ja nicht, dass ich später sage, das kostet 100 Euro mehr. Ich habe hier echt eine Stunde jetzt gebraucht, um das professionell alles hier zu krimpen. Ich habe hier meinen Krimpsitz, da habe ich jetzt stehen. So, da brauchst du gar nicht bezahlen, weil ich weiß genau, wenn das Modul im Handel geht, dass die Leute uns alle fragen, ich möchte das Modul für meine Powerstation und dann ist der Knall da. Ja, dann sieh doch zu, wie du klarkommst mit deiner Powerstation. Besorg dir das, krimpt das, du musst das Werkzeug haben. So, das ist schon eine Stunde Arbeit, zieh das mal vom Preis ab und der Preis, Kinders, ich kann euch sagen, der Preis... Der wird heiß. Der wird heiß. Der wird heiß. Glaub mal. Weil ich habe 40 Fuß Container bestellt, also da passiert was. Wartet mal ab, jetzt brauchst du sowieso nicht. Ich sage ja, den Monat Dezember und Januar, da kannst du aufstellen, dann ist für Kappel. So, liebe Kemper, das machen wir für euch auch fertig. Auf Wiedersehen. Ich sehe.